wir heißen sie herzlich willkommen zu dieser partie heute abend schön dass sie mit dabei sind ihre kommentatoren heißen wie üblich wolfhus und frank buschmann wir übertragen heute eine partie aus der kredit suis super league das dürfte eine richtig gute partie werden ich freue mich riesig auf dieses spiel wolf das wird ein kracher der ball ist freigegeben und das spiel beginnt guter pass jetzt was für ein tor wunderbar wie er diesen wolle getroffen hat absolutes traum tor wir blicken noch mal kurz auf diesen treffer erst die flanke und dann ist es klasse gemacht knipser qualität würde ich sagen aus kurzer distanz lässt er den keeper keine chance und damit haben wir den ersten treffer jetzt könnte das spiel richtig fahrt aufnehmen schiedsrichter entscheidet auf freistoß gut dazwischen gegangen und jetzt ist die gefahr bereinigt weg ist der ball und jetzt bekommen sie die chance da haben sie die chance situation geht weiter immer noch gefährlich und jetzt ist diese szene beendet er lässt weiterlaufen klasse durch den vorteil gerät das spiel nicht den stock vielleicht der ausgleich der ist nicht reden gehalten gefährlich der stahl pass super passball kommt an latte aber der ball ist noch heiß aus diesem angriff können sie also nichts machen jetzt kann das tor fallen kein tor da blocken sie den ball gerade noch ab weg natürlich das alu steht dem ausgleich im weg da wäre es fast passiert da werden sie fast wieder drin gewesen in diesem spiel das macht er gut er strahlt kurz aber bleibt auf den beinen wir schauen auf die entstehung des tores sie bringen den ball rein und dann machen sie aus nächster nähe das tor das ist letztlich nur noch form sache und damit alles auf anfang es steht eins zu eins das waren faul da muss er natürlich freistoß geben da kommt der pass aber abgefangen gut gemacht ballverlust jetzt erstmal und dann ist der ball doch weg sie drängen auf die führung nichts übersehen aber sie bleiben geduldig mit den fingerspitzen den ball hier noch über die latte gedreht er geht also und vielleicht die chance auf den treffer ecke kommt da ist der ball erstmal raus da sehen wir es wieder kraft ist nicht immer die beste war hast du recht da wäre mehr drin gewesen der ball ist draußen es gibt einwurf klasse pass das sieht gut aus tor da ist es er bringt sie wieder in führung das haben sie sich verdient das haben sie sich erarbeitet wenn du dich als torwart gleich zwei leuten gegenüber sie ist was willst du denn da machen eine seite kannst du dich machen aber eben nicht beide tor fällt fast zwangsläufig aktuelle spielstand jetzt also 2 zu 1 und hier wird es jetzt zwei minuten nach spielzeit geben jetzt erst mal pause die erste hälfte ist vorbei pause ist vorbei das spiel geht weiter sie spielen die einfachen bälle holen sich zur sicherheit und legen sich den gegner langsam zurecht tolle parade aber gefahr ist noch nicht vorbei jetzt können sie klären hätte sonst gefährlich werden können in der szene muss er pfeifen einsatz war zu hart giri lässt ihn da ohne karte davon kommen das frühe stören das zahlt sich aus da haben sie den ball nein kein tor schöner platzierter ball aber am ende eben doch kein treffer die gäste geben hier in der letzten stunde mehr oder weniger deutlich den ton an wenn wir uns die zahlen beim ball besitz ansehen und bei den guten chancen die sie rausholen kann ich mir gut vorstellen dass da gleich der nächste treffer fällt auch jetzt haben sie hier wieder den ball sieht vielversprechend aus der ball kommt nicht durch abwehr ist da gute chance jetzt es gibt einen eckball sie nehmen eine auswechslung vor ecke kommt den 16er keine gute aktion partie ist unterbrochen es gibt einwurf klasse timing da kommen sie nicht durch jetzt hätte er hat spielstation da kommt die flanke super wolle aber kein tor das war technisch herausragend gemacht das stimmt eigentlich alles es fehlen nur die entscheidenden zentimeter abgefangen dieser ball und sie können klären da kann er ihn stoppen das ist ein faul und der schiedsrichter pfeift das auch ja mit viel übersicht sie machen den ball rein aber zählen durch die zählen wird dieser treffer nicht abseits ist natürlich eine knallharte entscheidung aber die unparteiischen sind sich ihrer sache sicher regulär ist noch eine viertelstunde zu spielen gute freistoßposition das ist eine gute chance es wird jetzt hier gewechselt so richtig gefährlich war das nicht bei diesem freistoß gleich ist sie vorbei diese partie in der die gäste im moment knapp führen sieht gut aus wolf ein tor führung es ist knapp aber sie machen einen hervorragenden eindruck ich glaube das selbstvertrauen ist da die können das schaffen der blick auf die uhr neun minuten bis zum ende das ist nochmal die chance auf den ausgleichstreffer das ist die chance wir schauen uns die wiederholung noch mal an er zieht er an seinem mann vorbei da ist er einfach gedanken schneller als die verteidigung ja in der tat viel zu schnell und im abschluss auch noch effizient den ausgleich haben sie sich wirklich verdient ein richtig gutes und ausgeglichenes spiel eine sehr gute möglichkeit das ist die chance zum sieg wie wird er entscheiden freistoß kommt in den 16er erstmal geklärt der ball beim torhüter noch ist hier nicht schluss vier minuten wurden als nachspielzeit angezeigt superaktion das ist die balleroberung unwiderstehlich gut durchgesetzt gefährlich sie machen das tor und damit die späte führung jetzt läuft die zeit für sie hier nochmal die wiederholung des tors wir sehen den konter und dann macht das stark unwiderstehlich abwehr ist chancenlos obwohl sie dicht dran sind also spitze gemacht schluss für diese heutigen partie die gäste haben gewonnen knapper sieg also in der liga sie wissen natürlich dass das auch anders hätte ausgehen können aber sie werden sich natürlich trotzdem freuen das war ein wichtiger sieg ein gutes spiel von ihm heute kann man nicht anders sagen klar wenn du kurz vor spielende das siegtor macht dann hast du grund zur freude dann darfst du dich zu recht abfeiern lassen da kommt der anpfiff das spiel beginnt guter pass jetzt was für ein tor wunderbar wie er diesen volley getroffen hat absolutes traumtor der ball ist im tor sie sind zurück im geschäft sie drängen auf die führung nicht zu übersehen aber sie bleiben geduldig mit den fingerspitzen den ball hier noch über die latte gedreht ecke jetzt also und vielleicht die chance auf den treffer sehen wir es wieder kraft ist nicht immer die beste war hast recht da wäre mehr drin gewesen klasse pass tor da ist es er bringt sie wieder in führung das haben sie sich verdient das haben sie hat das frühe stören das zahlt sich aus da haben sie den mal nein kein tor schöner platzierter ball aber am ende eben doch kein treffer super wolle aber kein tor das war technisch herausragend gemacht das stimmt eigentlich alles es fehlen nur die entscheidenden zentimeter ja mit viel über sich sie machen den ball rein aber zählen buschi zählen wird dieser treffer nicht abseits das ist nochmal die chance auf den ausgleichstreffer gut durchgesetzt gefährlich sie machen das tor und damit die späte führung jetzt läuft die zeit für sie hoch knapp die schạmutter klein type sie wie 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 wie